Schönen guten Abend, mein Name ist Martin und heute berichte ich euch nur wie es um die Apple Werkstatt geschieht, was gerade im Moment so passiert und wie es mit mir aussieht und was genau passieren wird in der näheren Zukunft. Als erstes möchte ich mich auf jeden Fall bedanken für die 400 Marke bei Facebook. Das ist in zwei Jahren, finde ich, schon eine Menge Leute, die auf Gefällt mir gedrückt haben. Und ich möchte aber auch noch einmal darauf hinweisen, wer mich gerne kontaktieren möchte, der kann mich anrufen. Die Handynummer ist in einem Button mit jedes Anrufen verlinkt auf der Facebook Seite oder ihr geht unter, schreibt mir unter macredo1001 at unity-mail.de. Die E-Mail-Adresse werde ich aber auch noch einmal in den Beschreibungen setzen, damit Blinde oder auch Sehbehinderte oder Sehende einfach nur kopieren, einfügen können. Ja, genau und Workshops werde ich ab nächste Woche, also ab dem, ja, über nächste Woche ab dem 5.6. werde ich anfangen. Also, wer gerne iPhone, MacBook, iMac, irgendwie irgendwas lernen möchte zu What's Over, zu, ja, What's Over. Wie gesagt, möge mir bitte eine E-Mail schreiben. Genau, ähm, gibt es noch etwas? Ich glaube nicht. Alles klar, das waren so die Informationen zum, ja, zur Apple Workshop, also, ja, zu mir. Alles klar, dann sage ich mal bis zum nächsten Video.